Wir fangen an mit unserer hochwertigen Isolierung. Und so auf dem Bild kann man ganz schön erkennen, dass jeder Winkel tatsächlich in den Malibu Vans komplett isoliert ist. Das heißt, die Karosserie, Innenfläche, jeder Holm, alle Ausschnitte sind mit hochwertigen Polyurethanmatten verklebt. Das Dach und der Boden ist zusätzlich isoliert mit hochwertigem RTM. Man nennt es auch XPS-Hartschaum, der ist wasserabweisend, hochverdichtet. Und somit haben wir am Ende beste Isolationswerte. Auch hier wieder Malibu Vans Best in Class.